Sie ist wieder die Beste in ihrer Stufe, das war ja zu erwarten. Wahrscheinlich ist sie die Stufenbeste im ganzen Land. Im ganzen Land? Und man sagt, dass ihr Intelligenzquotient über 280 liegen soll. Wahnsinn, sie muss wirklich ein echtes Genie sein. Wenn du uns nochmal so erschreckst, dann kriegst du einen auf den Deckel. Ah, da ist Amy ja. Ich habe gehört, dass sie jetzt auf das Crystal-Seminar geht. Da haben sie doch diese Kurse, die nur für Hochbegabte sind. Meine Mutter hat mir gesagt, dass es unheimlich teuer ist. Ich habe gehört, dass ihre Mutter Ärztin sein soll. Sie ist aus einer stinkreichen Familie. Das muss sie nicht sein, sie ist zur Ehrenschülerin ernannt worden und zahlt nichts. Also wenn ihr mich fragt, irgendwas stört mich an der. Die trägt doch ihre Nase so hoch, dass sie immer in den Himmel guckt. Ja, ich möchte mit der auch nichts zu tun haben.